Einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen Börse Hier gemeinsam mit XCB, es ist Mittwoch, es ist der 7. Juni 2023 und gemeinsam mit XCB wollen wir hier einen Blick werfen auf die jüngsten Entwicklungen und ganz besonders einen Blick werfen auf Coinbase, nachdem gestern die SEC vorbörslich, kurz vor Eröffnung der Wall Street, hier eine Klageschrift eingereicht hat und in diesem Zusammenhang Coinbase beschuldigt, Finanzprodukte anzubieten und Dienstleistungen grundsätzlich im Finanzdienstleistungsbereich anzubieten, im Kryptobereich, für die keine Zulassung besteht. Die Aktie reagierte darauf mit Abschlägen, 20% Minus. Wir haben auch schon am Vortag in Folge der Entwicklung hier rund um Binance Abschläge von 9% zu sehen bekommen, aber, und jetzt kommt es, der Follow-Through-Bleep aus. Und was es damit auf sich hat, was ich damit meine und dergleichen, dazu in den folgenden Minuten mehr. Aber bevor wir beginnen, zunächst der Hinweis hier natürlich auf das Risiko, dass FX-CFD-Produkten inne wohnt. Es handelt sich um gehebelte Produkte, die sind nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor wir mit dem Handel begehen, bitte sein persönliches Risikoprofil erstellen und oder von einem unabhängigen Finanzberater erstellen lassen. Dann sich kostenlos auf xtb.com.de eine Demo herunterladen, den Handel risikofrei testen und eben entsprechend schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit dem erstellten Risikoprofil, das erstellte Risikoprofil mit dem Risikoprofil von FX-CFD-Produkten korrespondiert. Sofern man das mit Ja beantworten kann, gerne xdb kontaktieren und dann auch ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen, vollständige Risikoprofil findet man auf xtb.com.de. Und darüber hinausgehend, der Hinweis, alles was ich jetzt in den folgenden Minuten hier präsentiere, ist rein edukativ, es könnte sein, dass ich Position halte an dieser Stelle, kann an der Stelle sagen, nein, ich habe derzeit keine Position, hatte gestern mal beispielsweise, kurzzeitig eine, jedenfalls im Nachmittag in Coinbase, da können wir gleich auch einen Blick drauf werfen. Also alles, was ich hier präsentiere, soll einfach als Grundidee vielleicht fungieren, als kleiner Denkanstoß fungieren, um sich diesen oder jeden Titel mal anzuschauen und ausgehend davon dann eventuelle Handelsentscheidungen, die trifft man allerdings für sich alleinstehend. Alles, was ich hier präsentiere, sind einfach, wie gesagt, Denkanstöße und dient lediglich edukativen Zwecken. Darüber hinausgehend, noch eine kurze Erwähnung hier im Hinblick auf xtb als Broker, bester CFD-Broker 2023. Die Gründe, die dafür zugeführt haben, die findet man hier in der Mitte aufgeführt. Und dann ein Hinweis noch auf den DAX an dieser Stelle, mit einem Zielspread zwischen 8 bis 22 Uhr von 0,8 Punkten. Das ist ziemlich einzigartig meines Wissens. Zwischen 9 bis 17.30 Uhr, da gibt es Angebote, die ebenfalls in dieser Region anzutreffen sind, aber auf die erweiterten Handelszeiten, das heißt also vor Xetra-Eröffnung und auch nach Xetra-Schluss, ist mir das nicht bekannt. Also gerne auch mal hier diesbezüglich einen Blick darauf werfen. Die xStation, die beste Trading-App hier von xtb, auf die wollen wir jetzt an dieser Stelle einen Blick werfen. Kann nur empfehlen, sich mal in der Demo runterzuladen, den Handel hier mal risikofrei kostenlos zu testen. Ich habe den Chart hier von Coinbase an der Stelle, habe ich schon einmal aufgemacht und wir können dieses Gap-Down hier erkennen. Und es gibt, wie gesagt, eine ziemlich interessante Price-Action insgesamt, die wir hier aktuell ausmachen können. Nachvollziehbar, wie gesagt, ich gehe mal ganz kurz auf die 5-Minuten-Ebene, wir hatten bereits am Montag Abgabedruck, als diese Meldung rund um Binance über den Ticker lief. Binance, ganz kurz für diejenigen, die da nicht in der Materie drin sind, ist die größte Kryptobörse der Welt. Und natürlich, wir erinnern uns an die Entwicklung rund um FTX beispielsweise im vergangenen Jahr. Kryptowinter, der Kollaps dieses Imperiums, ich glaube, das war die zweitgrößte, glaube ich, sogar zum damaligen Zeitpunkt, ausgehend vom Handelsvolumen. Riesengroße Publicity in den USA. Sam Bankman-Fried ist da die Person gewesen, die dort im Mittelpunkt des Geschehens stand. Und so, es hat entsprechende Liquidationen gegeben von Bitcoin. Und das hat zum Bitcoin-Ausverkauf auch beigetragen und hat gestern auch, beziehungsweise schon bereits eigentlich beginnend in Bitcoin am Montag, einen kurzen Dip unter 26.000 Dollar, da werden wir gleich auch nochmal einen Blick drauf, nach sich gezogen, der mittlerweile aber zurückgekauft worden ist. Und das ist der Schlüssel bei der ganzen Geschichte. Es gibt schon eine Idee, aber Coinbase, wie gesagt, gestern, vorgestern ganz besonders, auch schon mit 9% abschlägen. Ich will an der Stelle eine kleine persönliche Anekdote mit einstreuen. Ich bin ein bisschen frustriert gewesen, ehrlich gesagt, weil das hier eine entsprechende Anklage formuliert wird in Bezug auf Coinbase. Ich habe hier mal von der Wirtschaftswoche einmal den Artikel, erst Binance, jetzt Coinbase. Dass so etwas kommen wird, damit war zu rechnen. Warum? Die Ankündigung der sogenannten Wealth Notice seitens der SEC, die ist schon 2 Monate alt, 1,5-2 Monate, 3 Monate alt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall war das schon Thema, hat auch da für einiges an Volatilität in der Coinbase-Aktie gesorgt. Aber auch damals gab es keinen großen Ausverkauf, denn Coinbase positioniert sich an dieser Stelle verhältnismäßig, auch in meiner Einschätzung nach nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und es gab auch schon eine öffentliche Reaktion auf diese Klageschrift. Wir müssen dieses fundamentale Bild ein bisschen abdecken, damit man eine Idee bekommt, wie ich jetzt dazu komme, die Aktie eher von der Long-Seite zu sehen, was vielleicht überraschen wird. Nicht längerfristig, also mittel- bis längerfristig bin ich da sehr vorsichtig, aber kurzfristig, glaube ich, hat die Aktie einiges an Bounce-Potenzial, wenigstens für solch einen Gap-Close hier, der jetzt dort gestern aufgetan worden ist. Und zwar gab es eine Reaktion von dem CEO von Coinbase auf Twitter, Brian Armstrong. Der schreibt hier diverse Aspekte, führt er ins Feld. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die war mir intuitiv klar. Und er führt sie jetzt hier an der Stelle auch nochmal aus. Und er sagt etwas ganz Richtiges. Er schreibt, regarding the SEC complaint, also hinsichtlich der SEC-Anklageschrift, against us today, also von heute, we are proud to represent the industry in court to finally get some clarity around crypto rules. Also, Brian Armstrong sagt nicht, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei, sondern ganz im Gegenteil. Er sagt, endlich, endlich ist eine Klageschrift da. Wir müssen an der Stelle vor Gericht ziehen, um endlich Klarheit zu schaffen für die Krypto-Industrie als Allgemeines. Und wir nehmen diese Aufgabe mit Stolz an, als Coinbase hier uns als Krypto-Universum im übertragenen Sinne zu vertreten. Das hört sich nicht danach an, als wenn er sich unsicher wäre. Und er sagt etwas, wie gesagt, das ist der erste Punkt, der in das Feld führt, der mir auch sofort klar war und der jedem anderen eigentlich auch klar ist. Coinbase ist wissentlich im April 2021 an die Börse gegangen. Und das Geschäftsmodell hat sich von Coinbase in der Zwischenzeit nicht groß verändert. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, die SEC, die natürlich sich das Geschäftsmodell angeschaut hat und die Zulassung gegeben hat, beziehungsweise das okay, grünes Licht gegeben hat, dass es ein IPO von Coinbase geben kann, denen war bekannt, welche Produkte dort angeboten werden, welche Dienstleistungen angeboten werden. Und jetzt kommt die SEC und sagt, ja, aber das sind Finanzprodukte, die dürft ihr eigentlich gar nicht bewerben, die dürft ihr ja dafür keinen Handel ermöglichen oder sonst dergleichen, dafür habt ihr nicht die entsprechende Zulassung. Das mutet sehr seltsam an, so möchte ich es mal sagen. Und da sieht es eher danach aus, als wenn eine andere Agenda verfolgt wird. Aber was der auch sei, Fakt ist auf jeden Fall, die Reaktion hier gestern in der Aktie spiegelt das in gewisser Form meiner Einschätzung nach wider. Wir sehen, nachdem wir dieses Gapdown zu sehen bekommen, sehen wir einen kurzen Flush, so sende ich es jetzt mal zur Eröffnung vielleicht nochmal, hier in Richtung so ungefähr der Gefilde, um 47, 46 Dollar, Pi mal Daumen. Und dann sehen wir einen Bounce, eine Gegenbewegung zurück über das 50 Dollar Level. Und wir sehen auch, dass wir oberhalb hier von 50 sauber halten können. Also das war eine schöne Konsolidierung, das mich dann übrigens dazu bewogen hat, auch in Trade einzugehen. Das will ich vielleicht mal ganz kurz hier zum Thema machen, auf der Minutenbasis. Das war ganz kurzfristig. Zack. Und zwar diese Konsolidierung hier nach dem Bounce. Also ich möchte nicht sofort hier mich long positionieren, sondern erst ein klares Signal abwarten. Wir sind nach unten jetzt erstmal fertig. Und dann sehen wir hier über nahezu eine Stunde diese Konsolidierung. Und ich habe diesen Break aus dieser Range hier long traden wollen. Hatte ein bisschen Glück. Ich habe nochmal einen kurzen Flush gesehen auf der Unterseite. Hatte meinen Stop knapp unterhalb und bin nicht gestoppt worden. Also das war hier innerhalb dieser einen Minute war das ein potenzielles Stop-Phishing. Was auch immer. Also auf jeden Fall kam es zu diesem Break. Es gab aber kein weiteres Momentum. Erstes Ziel wäre um 52 gewesen. Wir sind knapp unterhalb sind wir ausgetoppt. Und ich habe dann mit dem Drop zurück unter die 51 habe ich die Position eben gegeben. Wie gesagt, bin innerhalb der Range knapp unterhalb des Breakouts. Bin ich 50, 50 glaube ich. 50, 60 bin ich long gewesen in der Antizipation dieses Breaks höher, der dann eben hier stattgefunden hat. Riskierend gegen diese Tiefs. Kein Follow-Through. Aber diese Plays, diese Momentum Plays auf der Oberseite mit Ziel vielleicht, ich sag mal Gap Close. Ich glaube, die könnten sich fortschreiben. Denn nochmal, diese Anklage, die scheint etwas haltlos zu sein. Und solange wir in der Lage sind hier auf der Unterseite die 50 Dollar Marke zu halten, also das ist unser Level, gegen das wir riskieren würden, könnte ich mir bei einer Eroberung der gestern hier ausgebildeten 52er Region als Widerstand auf der Oberseite vorstellen, dass es realistisch zu einem Gap Close kommt. Verlaufend ungefähr so um 58. Das entspräche schon einem Chancersisikoverhältnis von 3 zu 1. Eventuell bekommen wir sogar einen Lauf über 60 Dollar zurückzusehen, was dann unser Chancersisikoverhältnis natürlich noch verbessern würde bei einem Initialrisiko hier von 2 Dollar. Wobei, ehrlich gesprochen, ich sagen muss, ich wüsste noch nicht mal, ob ich den unter 50 droppen lassen würde. Ehrlich gesprochen. Also Coinbase auf jeden Fall, ausgehend von dieser News, super interessant. Und auch Bitcoin mit einer sehr, sehr interessanten Price Action. Auch hier einmal, wir sehen auf Tagesbasis eher so einen Überrollcharakter, aber die 200-Tage-Linie, die konnte hier erstmal gehalten werden, in blau zunächst einmal. Wir haben weiter eine Abwärtssequenz. Wir sehen auch unterhalb der 28.500, meiner Einschätzung nach, dass die Bären eher den Vorteil auf ihrer Seite haben. Aber das ist für mich die Linie im Sand. Die 28.500 auf der Oberseite, sobald Bitcoin über dieses Niveau brechen würde, würde ich erwarten, dass wir Richtung 30.000, 32.000 Dollar zügig laufen könnten. Was übrigens dann auch für Coinbase und solch ein Bounceplay, so nenne ich das jetzt mal, sehr, sehr interessant wäre. Und ich möchte an der Stelle vielleicht mal kurz auf die Price Action auf der 5-Minuten-Ebene hier in Bitcoin eingehen. Also, da sehen wir die News rund um Binance. Das war am Montagabend. Dieser Break unter die 26. Gestern nochmal Coinbase, auch attackiert mit dieser Anklageschrift, aus ähnlichen Gesichtspunkten. Aber wir brechen nicht substanziell tiefer. Wir pieken nochmal kurz rein und sehen dann ein scharfes Reversal. Das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Reaktion. Nochmal, ich möchte derzeit Bitcoin noch nicht long sein, aber wir haben bis dato jedenfalls die 26.000 zurückerobern können zunächst, 25.000 halten können. Und wenn wir jetzt noch die 28.500 nach oben rausnehmen, glaube ich, dann könnte Bitcoin hier von der longen Seite sehr interessant werden. Das wäre es für heute gewesen. Happy Trading. Pass auf die Stopps auf. Bis morgen. Ich freue mich. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.